Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin de Sashi und das da ist de Marki. Guten Tag. Ja, Mark Hagenbeck, Mentalist, Gedankenleser und was weiß ich noch. Mensch. Heute haben wir den 10. Oktober und am 10. Oktober haben wir auch ein prominentes Geburtstagskind. Richtig. Und das wäre? Der Berthold Kempinski, der ist am 10. Oktober 1843 geboren. Der war Weinhändler und Gastronom und hat die berühmte Hotelkette Kempinski, die man ja noch kennt, begründet. Wie sieht denn der aus? Genau, da habe ich auch ein Foto mitgebracht von Kempinski. Ja, eine Zeichnung. Was heißt Foto? Eine Zeichnung natürlich, ne? Klar. Das war der Kempinski. So sah er aus. Ziemlich erfolgreicher Geschäftsmann. Kennt man ja die Hotels heutzutage, ne? Bitte? Kennt man die Hotelskette? Kempinski, na klar. Ja, das sind ja ganz exige Hotels. Wenn wir irgendwo nächtigen, auswärts, dann immer nur in Kempinski. In Kempinski. Natürlich. Und da gucken wir immer Netflix. Ja, genau. Das mit Netflix hat sich ja mittlerweile so eingebürgert. Am 10. Am 10. Oktober 1789 wurde in Frankreich auch das komplette Kirchengut in der revolutionären Nationalversammlung verstaatlicht. Also alles, was der Kirche gehört hat, in Frankreich gehörte nun dem Staat. Zack, bomb, aus! Das haben sie 1789 einfach so beschlossen. Und das hat die Kirche sich so bieten lassen? Das ist ja ein Ding. Innerhalb von Frankreich hatten sie wohl nicht viel Möglichkeiten, würde ich sagen. Nicht schlecht. Was haben wir heute noch? Heute präsentieren wir euch das Bier des Tages. Das Bier des Tages, ja. Das Bier des Tages. Jupiler, belgisches Pilz, ja. Und wir haben hier so kleine Probiergläschen. Wir machen das mal auf. Hoffentlich kommt das nicht. So, machen wir mal hier rein. Ach, wie geil ist das denn? Das ist ja schon so von der Flasche her schon ziemlich ungewöhnlich, ne? Von der Farbgebung her und so. So, Achtung, genau. So, das ist, ich gucke mal. Das ist belgisches Bier aus, was haben wir hier? Zöp, zöp, zöp. Zöp, steht gar nicht drauf, glaube ich. Hä? Ach doch, hier, guck mal. Aus Brüssel. Hey, Brüsselbier. Das ist ja ein Ding. Brüsselbier. Habe ich in Holland gefunden und haben wir gedacht, irgendwie bringen wir mal mit rein und stellen wir mal vor. So, ich sag, Skoll. Skoll. Ja. Ja, kann man trinken. Ist, ja, wenn es ganz kalt ist, ist es okay. Aber ich will es auch nicht warm trinken. Belgische Biere. Willst du noch was? Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mach noch mal. Ich weiß nicht so genau. Was sagst du? Ich hatte mir irgendwo im Stier irgendwas, ne? Ich weiß natürlich, also ich präferiere eigentlich eher deutsche Biere. Ja, ist ja gut. Und jetzt weiß ich auch warum. Ja. Ist okay. Kann man mal, nee, ohne Witz, kann man mal machen. Ist ein bisschen flach, ne? Es ist irgendwie, ja, ne? So, 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 so love, ne? Love. Was ist ein love für ein Wort? Nein, love, so ohne, 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 ähm, ohne Geschmack. Irgendwie so, also, keine Hefe, kein, kein, kein Malz, kein Weizen, was weiß ich. Aber Wasser ist drin. Wasser ist drin, ja. Farbe auch. Es ist love. Wir haben ein neues Wort gelernt. Es ist love, ja. Jupiler ist oder leider love. Jupiler, Jupiler ist love. Jupiler ist love. und wir gucken mal, wann wir das nächste Mal wieder ein Bier präsentieren. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Hicks. Ja, Hicks.